ja ich gehe mal hier rüber so kann man mich besser sehen wegen der sonne willkommen in new york city hier geht es richtig zur sache wir sind jetzt hier im grünen dorf wir haben verschiedene farben und verschiedene dörfer über 50.000 teilnehmer die sich jetzt alle vorbereiten hier ich versuche mal so ein bisschen was zu zeigen hier liegen einige auf dem boden und warten noch ist zu essen zu trinken alles nette wir haben jetzt noch dreieinhalb stunden zeit bis zum start die sonne steht sehr schief darum sehr tief darum kann ich schlecht gucken aber ich hoffe man kann mich gut sehen ich drehe mal um vielleicht ein paar eindrücke zu sammeln wenn ich weiß wie das geht